So, ich hab mein Team mal ein wenig umgestellt. So, erstmal, kann ich winnen? Kann der eigentlich Kraft verwenden? Nee. Gut, ich hab mein Team ein wenig umgestellt. In der Hoffnung, dass das jetzt besser funktioniert, mal sehen. So, ich hab Harrod dabei, ich hab dieses Mal Whisperwind und statt Sparkle hab ich Firetail dabei, hab Wavemaster dabei und hab mir Terror, Ice und The Painter mitgenommen. Ich denke, was Emotionales war. Nee. Gut. Dann binde ich mal Harrod hier und sag ihr mal Geistergeschenk. So. Hier ist übrigens auch Luft. Okay. Und kann ihn hier jetzt mal ist die Schad dranbinden und sagen Backhof. Dann binde ich nebendran, wenn ich ihn hier sag mal Sturm. Sieht so anders aus. Ähm. Ihn hier und ab ihn. Deine Geisterkräfte haben einen Aufruhr ausgelöst. Der Astraler Aufruhr wurde niedergeschlagen. Die Ghostbreaker müssen sich von nun an mehr anstrengen, um deine Geister zu entdecken. Die grüne Absperrung wurde durchbrochen. Dies ist die Gelegenheit, in die Büros des Ghostbreaker einzudringen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Jetzt können wir hier drin erstmal Party machen. Na, Feuerball! Boah, Hörner! Ich habe hier eigentlich nur geschenkt. Ja, aber nicht. So. Und? Na, hat keinen, äh, Stattrom. So, weil der da wieder aufgelandet ist, geht's ab. Oh, gut, danke. So, Typhoon. So, ähm, ihn hier können wir mal hier binden, Blut, Befehl, aber nur, wenn sterbliche da sind. So. Binden kann ich halt jetzt hier. Schicke ich kurz zurück auf die Bank und du sagst mir, trojanisches Pferd, damit müsste das Ding ausgehen. Und da klingelt gerade mein Telefon, aber das ist mir jetzt scheißegal, weil ich bin gerade mitten in der Aufnahme und dann interessiert mich das jetzt gar nicht. So, das ist mir auch scheißegal, du kannst klingeln, so viel du willst. Ich werde nicht rangehen. Danke. So, das trojanische Pferd hat den lustigen Effekt, dass ich bis zu vier Geister dran binden kann. So. Damit hören wir mal auf. Komm, bitte, bin ich auch noch dran. Wir können's ja machen. So, ähm. Wer war'n das jetzt? Na, Quatsch, nein, den wollte ich nicht. Aber ihr dürft das Ding gerne mitnehmen, ne? Das wisst ihr schon. Äh, Faszination. Sollte ja eigentlich... ...den da wirken. Sehr gut. Kommt mal alle her, Leute. Nimmst du's mit? Nimmst du's mit? Los, nimm's mit. Da, guck mal, da liegt dein Geschenk. Und sie geht weg. Blödswein. Et beben. So. Dann. Äh, nimmst du doch das Ding mit. Na, jetzt bin ich noch zurück. Dann mach du mal Feuerball. So. Damit brennt der. Und wir setzen mal The Painter ein. Und zwar Wirbelsturm. Hui. Das sieht zwar nicht aus wie ein Wirbelsturm, aber gut, das ist okay. Oh, yay. Sehr gut. So. Äh, du kannst ihn derzeit mal anfinden. Es brennt denn das arme Schwein. So. Oh. Gut. So. Aber ich erwischt's nicht so richtig. Das da ist jetzt grad so ne, ja, so ne Stelle, wo man alles einfach niedermäht. Das hat teilweise so gute Geräusche. Ahm. Gut. Es gibt ordentlich Punkte gerade. Das find ich ganz nett. Gut. So. Storm Town. Kleine Ahnung. Ich schicke dich mal zurück auf die Bank. euch hier, euch lasse ich einfach mal machen. Und du machst mir mal einen Stromausfall. So. So. Und dann auch stark schon. So. Ähm. Das Ding ist elektrisch, ne. Ich hätte vielleicht doch noch ein Elektrikvieh mitnehmen sollen. Aber dich kann ich hier drin binden, gebunden lassen. Kann ich hier noch? Einen von euch. Dich kann ich theoretisch hier drin binden. Du machst mal einen Wirbelsturm. Hui. So. Dich hab ich jetzt hier drin setzen. Das ist ganz gut, weil du kannst jetzt das Ding hier zerlegen. So. Ihr beiden. Ihr seid zufrieden gerade. So. So. Da sitzt es noch. Wieder. Da haben übrigens schon die ersten beiden Ghostbreaker vertrieben. Das ist ganz gut. Wo willst du denn hin? Und du schickst dann zurück in die Bande. So. Ich will dich jetzt auch zurück auf die Bank schicken. Auch wenn du nebendran einen ziemlich heftigen Flammeninferno-Boy hast. So. Guter Banzer. So. Der kriegt man hier so ein bisschen. Der hier macht da. Und der hier macht da. Wie ist das? Wer kann das nicht? Wer kann das nicht? Renne. So. Hinter sitzt da unten. Talon. Ah. Und das Geistgeschenk oben hat aufgehört. Ja, macht einen Sturm da und das hilft bestimmt. Mal einen Stromerfolg. So. Ah, ahm, 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 ahm. Starkstrom, kann ich das Ding zerlegen vielleicht? Ich würde gerne Harried hier binden irgendwo. Die blaue Absperrung ist unten. Gut, so kann ich die blaue Absperrung zerlegen. Das ist die hier. Ich glaube, dass ich es dadurch gemacht habe. So, bringt mir das was, wenn ich jetzt die hier unten habe? Ah, jetzt habe ich den Generator kaputt gemacht. Das heißt, die blaue Absperrung bleibt auch unten. Was hilft mir das nur? Ah, jetzt habe ich die blaue Absperrung zerlegt. Da ist der Generator für das Ding. Und da gehen Kabel ab. In diese Räume da. Das bringt aber nicht viel. So, ähm, dann hier ist das Ding. Dann, ähm, 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 ähm. Ich hätte vielleicht doch Horcruitsch oder sowas noch mitnehmen sollen. Als zweiten Stromgeist. Ich glaube, Stormtalent alleine. Gut, ich meine, ich habe noch Firetail. So, ich kann mich jetzt mal hier drin binden. Ich kann mich dran binden. Das hilft mir jetzt nicht viel. Gute Arbeit. Die grüne Absperrung funktioniert nicht mehr. Oh, sehr gut. Ich kann auch... Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das heißt, neu formieren, Leute. Alles zurück auf die Bank. Die ist kaputt. Das ist gut. So, Leute. Jetzt bin ich bei euch drin. Jetzt geht's ab. Du sorgst dafür, dass du hier mir nicht aufkriegst. Na? Ja, rauf mit Backofen. Feuerwehr. Da ist ein Menschlich auf dem Hackel. Brenne. Wie? So. Dann kann ich... Ich könnte hier binden. Faszination. So. Dafür muss ich mir jetzt noch was überlegen. Da brauche ich natürlich den Backof dafür. Ähm... Da ist die Lüftungsanlage. Die führt hier rüber, führt hier, führt da und führt da. Ne? Sehe ich ja richtig. Beziehungsweise führt noch hier, hier und dann hier hoch und das ist dieses Ding. Zurück auf die Bank. Du setzt mir hier mal Backofen ein. Dann Stompteren versucht hier mal Typhoon. Dann irgendwie kann ich das Ding aktivieren. Du musst mal flüstern. Aber mittlerweile kann sich hier kaum einer noch fortbewegen. Und es ist echt laut. Oh, es ist laut. Alter, ist das laut. Du sagst. Hackel noch. Moment, ganz kurz. Das tut echt gerade in den Ohren weh. Tut mir leid. So. Eigentlich muss ich das Ding auch anspringen. Da fehlt mir jetzt doch wieder ein Geist. Das wäre natürlich nicht gut. Gut, Typhoon funktioniert mit dem Ding aufmachen. Okay. Tut mir leid, dass das jetzt schon das dritte Mal ist, wo ich starten muss. Aber die Mission ist doch ein bisschen heftiger, als ich gedacht habe. So. Dieses Mal nehmen wir Hawkwash mit. Wir nehmen... Wir nehmen Elektrosperson mit. Und wir nehmen Typhoon mit. Das sind meine drei Geister, die für Ding sind. Dann möchte ich die beiden mitnehmen. Und zwar beide. Ich möchte Harrod dabei haben. Ich möchte Stonewall dabei... Äh, Banzai dabei haben. So. Und ich brauche noch irgendwas für drinnen, der ein bisschen kaputt macht. Der den Räumen kaputt macht. Kannst du Dinge kaputt machen? Nee, du kannst nicht Dinge kaputt machen. Kannst du Dinge kaputt machen? Nee. Kannst du Dinge kaputt machen? Nee. Ich brauche noch irgendwas, was ich in relativ vielen Räumen binden kann. Die beiden bringen ja nichts. Mord, Mord, Durchgang, Durchgang. Die bringen ja auch nichts. Die kann ich kaputt machen. Black Crowe. Black Crowe. Possessenheit. She-Ra. Painter konnte ich eigentlich so gut wie nirgends wirklich binden. Ghastly vielleicht. Gewalt. 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 Dragoon bringt mir nichts. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm. Also meine Theorie ist, dass ich mit irgendwie drunter und drüber oder sowas... Kann das einer von euch? Nee. Kann keiner von euch. Dann musst du raus. Dann brauche ich Cocktail. Weil du kannst drunter und drüber. Okay. Ja, du kannst Merkwürdiges benehmen und drunter und drüber. Damit sollte eigentlich die Anlage da oben funktionieren. Oder nicht mehr funktionieren. Ich habe Typhoon für ein Wind. Das heißt... Der kann halt noch anlocken. Ich habe niemanden zum Anlocken. Das heißt... Ja... Nur bin ich nicht glücklich, aber... Ich meine, ich habe Gawkjammer. Das heißt... Den kann ich raus. Und kann... Äh... Das ist schwer. Ich habe niemanden, der wirklich... Kann ich dich eigentlich finden? Draußen. Äh. Ich will drinnen. Die können halt nicht zerstören. Das ist so das Problem, das ich gerade habe. Ich habe auch schon gefrostet. Ich könnte natürlich ihn hier mitnehmen. Oder ihn hier. Das ist ganz eigentlich gut. Animation. TK-Sturm. Kann ich auch einen anderen mitnehmen, weil den muss ich auch an... Äh... Ein Geschenk binden. Ich nehme Hawk Wash mit. Ich habe eine Menge Elektrik zitiert. Das astrale Sicherheitssystem außer Kraft. Befreie die Geister aus dem EPS und sorge dafür, dass kein Sterblicher mit klarem Verstand im Gefolge bleibt. Die Geister haben einen Aufruhr aufgelöst. Der astrale Aufruhr wurde niedergeschlagen. Die Ghostbreaker müssen sich von nun an mehr anstrengen, um deine Geister zu entdecken. Ja, aber das Entdecken würde ich sagen, machen sie in der nächsten Aufnahme. Weil wir sind schon wieder bei 20 Minuten und, äh... Ja, das hier wird wahrscheinlich nochmal 20 Minuten dauern. Also bis gleich, Leute! Achtung! 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 Achtung!